Ich bin an dieser Schule gelandet, durchgesetzt gegen die anderen Gymnasein, wir haben es gelesen und mit der Qualität, wenn ich so hätte Englisch lernen dürfen, hätte ich es vielleicht auch irgendwann noch nicht gelernt. Ich bin auf dem Weg, ich habe den nicht so. Und deswegen, es war total toll zu sehen, mit welcher Qualität ich mir arbeite. Ganz, ganz toll und schön für mich als Schulleiter, auch mal das Schöne zu sehen, was Schule hervorbringen kann und nicht irgendwann kritisiert werden zu sehen. Vielen Dank! Applaus